So meine Freunde, moin zusammen. Yo, ich grüße euch zu diesem Video und einige von euch waren heute Mittag dabei. Wir haben die Debatte im Bundestag soweit live verfolgt, auf die live. Folgt mir da, wenn ihr es noch nicht tut, ganz gerne an der Stelle. Und ich muss sagen, mich nimmt das gerade in der Situation aktuell sehr, sehr stark mit, denn das Ganze wurde im Bundestag durchgewunken. Das war meine Prophezeiung, was ich euch gesagt habe, dass das so passieren wird. Denn die Stimmen von den Oppositionsparteien, FDP, AfD und Linke gemeinsam, haben nicht ausgereicht. War ja klar, rechne ich gar keine Neuigkeit. Nichtsdestotrotz konnte man ja doch ein bisschen hoffen, dass der eine oder andere aus CDU, CSU, genauso wie auch aus der SPD, gegebenenfalls auch von den Grünen vielleicht doch dagegen ist. Sieht nicht so aus oder sah nicht so aus. Denn das heißt, das Ganze im Bundestag wurde beschlossen mit, ich habe mir die Stimmenanzahl soweit rausgesucht, es war eine namentliche Abstimmung, die Namen sind aber noch nicht veröffentlicht worden, wer wie abgestimmt hat. Wenn das heute Abend noch rauskommt, werden wir auch nochmal ein Livestream machen und darüber genau sprechen, uns das angucken. Von 709 Bundestagsabgeordneten, müssten es ja sein, haben abgestimmt 659. Dementsprechend waren 50 wohl beim Klo-Deal dabei, was weiß ich. Denn da, die, oder waren gar nicht da, keine Ahnung. Also 659 Stimmen wurden abgegeben. 415 davon haben tatsächlich für Ja gestimmt. Und für Nein haben 236 gestimmt. Und das ist ein bisschen überraschend, dass das hier 236 sind. Das müssten eigentlich 238 sein, wenn ich die Zahl richtig im Kopf habe. Denn AfD, FDP und Die Linke wollte ja einheitlich komplett dagegen abstimmen. Oder zwei von denen waren halt nicht da, was auch immer. Enthaltungen waren es hier an der Zahl 8. Ja und dementsprechend, weil man natürlich eine gewisse Eile auch hat von der Bundesregierung aus, die CDU, CSU, genau wie die SPD, die das Ganze ja soweit zu verantworten haben, ist man auch noch hingegangen. Klar, das war ja auch geplant, das Ganze jetzt auch noch in den Bundesrat zu geben. Und der Bundesrat hat darüber soweit auch abgestimmt. Und das Ganze ist auch durch den Bundesrat. Das heißt, das Teil liegt jetzt eigentlich nur noch bei unserem geliebten Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier. Und hier muss eigentlich nur noch passieren, dass er das Ganze soweit unterschreibt. Und dann ist das Ding durch. Und dann haben wir das. Und ich möchte hier darauf nochmal eingehen. Und Paragraf 28a heißt dann zum Beispiel erstens Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen im privaten, so wie im öffentlichen Raum, die dann soweit problemlos durchgeboxt werden oder einfach beschlossen werden können. So ist es richtig. Denn warum, versuchen wir es nochmal rational ein bisschen aufzudröseln, warum ist das Ganze überhaupt gemacht worden? Man hat in den letzten Wochen und Monaten gemerkt, dass zahlreiche dieser Beschlüsse, ihr könnt das auf meiner kleinen Website olli.net auch gerne nochmal nachschauen, welche Beschlüsse von Regierungen, von Ländern, von was weiß ich hier, von den Städten, von Schulen und so weiter, gemacht wurden, Staatsregierungen, wie sie sich alle nennen. Alkoholverbot Düsseldorfer Altstadt, Lockdown in Gütersloh ausgerufen, Prostitutionsverbot in Saarland und auch in anderen Sachen, in Niedersachsen, Kontaktnachverfolgung im Saarland, Demoverbot in Berlin und so weiter, was da alles gemacht wurde. Und was auf der anderen Seite davon dann nämlich auch von Gerichten wieder aufgelöst wurde. Und meiner persönlichen Meinung nach war das einfach ein strategisch schlauer Zug der Bundesregierung, hinzugehen und sich im Infektionsschutzgesetz hier in der dritten Runde quasi diesen Paragrafen 28a mit reinzunehmen, sodass die Gerichte das jetzt gar nicht mehr beeinflussen können. Oder auch hier zum Beispiel, das sind halt Sachen drin, das sind Verbote, Schließungen, Untersagungen, Verbot der Alkoholabgabe oder des Alkoholkonsums auf bestimmten öffentlichen Plätzen oder zu bestimmten Uhrzeiten, Untersagungen oder Beschränkungen des Betriebs von gastronomischen Einrichtungen komplett beschränkt, Reisebeschränkungen, das heißt, wenn wir alle zu Hause bleiben, können nicht mehr reisen, Betriebs- und Gewerbeuntersagungen, das muss man sich mal reinziehen, oder Schließung von Einzel- und Großhandel oder Beschränkungen und Auflagen für Betriebe und so weiter und so fort. Ja, und das sind 15 Punkte, diese Paragraf 28a hier soweit umfasst und da ist einer irgendwie erschreckender als der andere. Also mir graut es davor, was jetzt in der nächsten Zeit passiert. Punkt 11, Untersagung, soweit dies zwingend erforderlich ist, oder Erteilung von Auflagen für das Abhalten von Versammlungen oder religiösen Zusammenkünften. Also da geht es dann auch schon in die Richtung von Demonstrationen, die dann erschwert nur noch stattfinden, beziehungsweise vielleicht auch gar nicht mehr stattfinden können. Schreibt eure Meinung gerne dazu unten rein, ich finde es ist wirklich sehr, sehr krass. Und eigentlich gestern habe ich ja noch gesagt, dass wir jetzt danach, wenn das Ganze soweit durch ist, durch den Bundestag, Bundesrat und dann vom Bundespräsidenten, dass wir dann hingehen müssen und hoffen auf die Gerichte. Aber ich glaube langsam auch nicht mehr, dass das gerichtlich auch soweit aufgehoben wird, denn hier gibt es die Aussage vom Richterbund, beziehungsweise vom Geschäftsführer des Richterbundes. Das ist der Richterbund, Deutsche Richterbund, so nennt sich das Ganze DRB. Und da sagt der Sven Reben, so heißt der Mann, das ist der Bundesgeschäftsführer dieser Veranstaltung oder dieser Vereinigung hier, Zitat, für die weitere Akzeptanz von C-Beschränkungen in der Bevölkerung ist es wichtig, dass die Parlamente die wesentlichen Voraussetzungen dafür selbst festlegen. Und weiterhin schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland, die Präzisierung des Infektionsschutzgesetzes durch einen Katalog geeigneter Schutzmaßnahmen sei ein richtiger Schritt. Der Gesetzgeber schränke den Spielraum der Länderexekutive deutlich ein, indem er feste Leitplanken für die weitere C-Politik setze. Zitat von dem Herrn Reben wieder. Das führt nicht nur zu mehr Rechtssicherheit und zu einer größeren Einheitlichkeit der Pandemie-Regeln. Grundrechtseingriffe auf der Grundlage eines im Parlament breit diskutierten und ausgewogenen Gesetzes haben auch bessere Aussichten einer Überprüfung durch die Justiz standzuhalten. Also Leute, nachdem ich das heute Morgen, im Molli-Rede-Kanal, habe ich das schon bekannt gemacht, dieses Thema, diese Äußerungen. Bundesgeschäftsführers Herrn Reben, also auf die Gerichte brauchen wir jetzt nicht hoffen. Da brauchen wir jetzt tatsächlich nicht darauf hoffen, dass sich da nochmal etwas ändern wird. Das Ganze ist so durch und wir müssen jetzt damit irgendwie umgehen und leben. Und wenn man sich andere Länder in Europa anguckt, so zum Beispiel auch in Frankreich, wie die Leute auf die Barrikaden gegangen sind oder auch in Dänemark, wo das Ganze auch passiert ist, wo die Leute auch richtig auf die Barrikaden gegangen sind. Aber in Deutschland haben sie es wirklich komplett durchgezogen. Also mir graut es davor. Schreibt eure Meinung unten rein. Wir machen direkt weiter ohne einen Cut hier an der Stelle. Polizei stoppt Querdenker-Demo, betitelt das Ganze die Bild. Also ich habe auch zahlreiche Livestreams mit euch ja heute auch bei D-Live im Livestream geguckt. Von der Demo in Berlin. Die Wasserwerfer waren ordentlich im Einsatz. Das waren teilweise wirklich grausame Bilder, die es dazu geben hat. Zig Leute wurden hier soweit verhaftet. Über 100 Festnahmen wird hier getitelt. Mehrere tausende Menschen am Bodenburger Tor, Polizisten auch verletzt. Das ist natürlich absolut schlimm. Keine Frage. Absolut nicht. Also Gewalt auf beiden Seiten absolut zu verachten. Leute, ich weiß nicht, wo wir das hinführen sollen. Ich weiß nicht, wie wir weitermachen sollen. Ich habe keine Ahnung, worauf das Ganze hinauslaufen wird. Weil ihr merkt mir das bestimmt auch gerade an. Ich ringe hier um die Worte und mache mir wirklich ganz grundlegend massive Sorgen einfach um die Situation in unserem Land. Weil ich sehe einfach viel Unzufriedenheit. Was ich daneben noch sehe, neben dieser Unzufriedenheit, ist glaube ich, ich glaube, so kann man es ausdrücken, es gibt nur noch zwei Richtungen. Entweder man ist damit d'accord, was die Bundesregierung macht und sagt, ja, das ist toll und ich trage morgens bis abends die Maske und ich hinterfrage gar nichts. Und auf der anderen Seite sind dann Leute, die sagen, ja, Moment mal, wir müssen jetzt auch mal darüber diskutieren, was sind das genau für Zahlen? Wo kommt der Inzidenzwert her? So zum Beispiel hat das Herr Lindner heute auch im Bundestag geäußert. Der Inzidenzwert 50 auf 100.000. Wo kommt der her? Was hat es damit auf sich? Darüber müssen wir diskutieren. Das wurde aber bislang nie richtig gemacht. Und da gibt es nur diese zwei Lager einfach. Und ich finde, das ist ganz, ganz fatal. Ich habe heute von einem Geschäftspartner noch eine E-Mail bekommen. Ja, man müsste doch mal gucken, ob man mit mir noch weiter zusammenarbeiten kann. Meine Videos, die würden negativ aufstoßen. Und da frage ich mich einfach, wo soll dieses Denunziantentum hinaus, drauf hinauslaufen? Denn was mache ich hier? Ich mache hier Videos, informiere über normal zugängliche Medien und hinterfrage kritisch. Und es kann doch nicht sein, dass ich dadurch finanzielle Einbußen, darauf würde es hinauslaufen, erfahren werde, weil dieser Geschäftspartner nicht mehr mit mir zusammenarbeiten möchte. Und das ist doch einfach nur fatal. Auf der anderen Seite, wieder von diesem zweiten, Einmal-Lager, zweites Lager, von diesem zweiten Lager wiederum, habe ich Telefonate mit Geschäftspartnern geführt. Ja, wir sehen das genauso wie du hier in der Firma. Ich als Person, als Selbstständiger oder sonst wer, mit dem ich da telefoniere, ich sehe das genauso. Aber ich kann es nicht öffentlich äußern. Das wäre es mir zu gefährlich. Ich kann das nicht in der Öffentlichkeit vertreten. Nachher wird keiner mehr meine Produkte kaufen. Nachher werde ich Repressalien erfahren. Und egal, wie du es drehst und wendest, das ist absolut falsch. Das kann nicht die Zukunft dieses Landes sein, Leute. Oder sehe ich das falsch? Schreibt das gerne mal unten rein. Ich bin verzweifelt. Ich weiß nicht, wie ich mit dieser Situation weiter umgehen soll. Wisst ihr? Ich denke auch so oft häufig darüber nach. Haken hinter diesem Kanal. Es bringt nichts. Es hat keinen Sinn. Ich informiere euch. Ja, das sehe ich. Das sehe ich positiv. Verbaue ich mir dadurch selber irgendetwas? Und das macht mir wirklich zu schaffen. Und das finde ich so unangenehm daran. Weil nochmal, was mache ich hier? Informiere objektiv über zahlreiche Geschehnisse in der aktuellen Politik und in der Gesellschaft. Und das muss doch eigentlich noch erlaubt sein, ohne dass man befürchten muss. Mit dem machen wir nichts mehr. Den, der ist geächtet. Der ist schlecht. Ganz unangenehm. In diesem Sinne, Freunde. Danke fürs Zuschauen. Daumen hoch gerne fürs Video, wenn es euch gefallen hat. Schreibt eure Meinung unten rein. Abonniert den Kanal, wenn ihr neu seid. Freut mich. Haut rein. Bis zum nächsten. Ciao.